Es ist typisch für Zihadisten in Europa, sagt der bosnische Terrorexperte Vlado Asinovic. Mehr als jeder Dritte wird vom gewöhnlichen Kriminellen zum Gotteskrieg. Immer von den polizischen Dossiers. Es gibt Polizeidossiers über sie. Manche von ihnen wurden wegen schwerer Straftaten verurteilt. Terrorismus, Menschen- und Drogenhandel, Waffenschmuggel, Familiengewalt, bewaffnete Überfälle, kleinere Dienststellen. Der INSS setzt in seiner Propaganda genau auf solche Leute. Seine Botschaft heißt, es ist nicht wichtig, wie du bisher gelebt hast, sondern wie du stirbst. Er gibt ihnen also die Möglichkeit, schief zu sühnen, wenn sie im Dschihad in Syrien oder im Irak sterben. 200 Bosnien sind bereits dem Hof des IS gefolgt. Der Balkan bietet radikalen Missionaren Vorurteile. Hier ist der Islam bereits heimisch. Und nach den Bürgerkriegen der 1990er Jahre sind noch unzählige Waffen. Experten sprechen von mehr als 3,5 Millionen Handfeuerwaffen wie Kalaschnik. Der russische Innenminister Dragan Mekic sagt, der Saarverdorfer hat die Platz ist geholfen. Seit mehreren Jahren gibt es in seinem illegaler Waffenschmuggel eine Beziehung zwischen dem Westbalkan und Frankreich. Hier gibt es nach den letzten Krisen noch immer viele Waffen, nicht nur in Bosnien, auch in Kroatien, Serbien, Kosovo, Mazedonien. Es gibt organisierte kriminelle Gruppen, die Waffenschmuggeln. So soll der Killer des jüdischen Museums in Brüssel 2015 eine Balkan-Kalaschnik genutzt haben. In der IS-Vorstellungswelt soll der Balkan dem selbst verlandten Kalifan einverleibt werden. Vor einem halben Jahr rief der IS in einem Propaganda-Video der Muslime des Balkans deshalb zu Anschlägen. Heimische Kämpfer wohnen in ihrer Sprache, etwa der Albaner Al-Nirdaci. Es kommt der schwarze Tag für euch da. Ihr Angst haben werdet, auf die Straßen zu gehen und in euren Büros zu arbeiten. Ihr werdet Angst zu Schrecken in euren Häusern erleben, sagt der ehemalige Imam von euren Freunden und dem Schlaf. Im Sommer vereitelten Sicherheitskräfte einen Anschlag auf die Zinkwasserversorgung der kosovarischen Stadt Pflicht. Terror rief sich nicht nur gegen Andersgläubige, sondern auch gegen Muslime. Das hat den kosovarischen Imam Osman Nuziou, der im Praktik-Interview erzählt. In der Moschee schlugen Männer auf mich ein, weil ich mich gegen einen radikalen Imam aussprach. Ich wurde bewusstlos, mein Arm war gebrochen. Alle Staaten des Westbalkans haben sich dem Anti-Terror-Kampf verschrieben, die Gesetze verschärft. Die Kämpfer des IS bekommen auch Rückendeckung, etwa von dem früheren Uchika-Kommandanten Shizai Shachidi. Viele junge Menschen vom Balkan schließen sich dem IS an, genauso wie viele Kämpfer aus Westeuropa. Und alle machen das freiwillig. Doch wir wollen die IS-Kämpfer nicht verurteilen. Beim IS kämpfen schon sogenannte Balkan-Brigaden. Einige hundert Dschihadisten aus Bosnien, obwohl dem Santsak Albanien und Mazedonien sind bereits im Mittleren Osten viele schon tot. Bis zum nächsten Mal.